Ich möchte heute die Zeit nutzen, um mal über ein anderes Thema zu sprechen. Nämlich über Ängste und Sorgen. Also über ein Thema, über das man normalerweise lieber nicht so spricht. Aber wir sitzen im Moment alle im selben Boot. Die Welt steht Kopf, ganz vieles, was uns Sicherheit und Struktur gegeben hat, ist plötzlich nicht mehr da. Sogar Leute, die sonst anderen Menschen eher aus dem Weg gehen, fangen an, andere Menschen zu vermissen. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen Kontakt. Und den haben wir im Moment nicht. Und das schlägt uns ganz gewaltig auf die Psyche. Dazu kommt natürlich die Angst vor der Krankheit. Vielleicht Angst, dass wir uns selber anstecken, aber oft eben auch die Angst, dass jemand in unserem Umfeld erkranken könnte. Und dann ist da noch die Angst vor den beruflichen und finanziellen Folgen. Und mit diesen Sorgen sind wir nicht ab und zu konfrontiert, sondern jetzt schon seit fast einem Jahr durchgängig. Und natürlich gibt es Leute, die sowas besser wegstecken als andere, aber es gibt ja das Sprichwort, steter Tropfen höhlt den Stein. Und Steine sind verdammt hart. So ein Dauerstress hinterlässt bei uns allen Spuren. Ich selber merke das auch sehr. Und dann sitzt da für manche obendrauf noch der normale Bewerbungsstress. Und das Thema kenne ich ja seit über einem Jahrzehnt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie wahnsinnig belastend alleine das schon sein kann. Und genau dieses Gefühl hast du vielleicht gerade. Und obendrauf, da stapelt sich ein richtig kleiner Berg von Gewichten. Finanzielle Sorge, die gesundheitliche Sorge, vielleicht auch die Frage, was das mit unserer Gesellschaft macht. Und die soziale Isolation noch ganz obendrauf. Wir alle haben zurzeit richtig viel zu ertragen. Da eine mehr, die andere weniger. Aber wir alle tragen eine große Last. Trotzdem wird darüber nicht so viel geredet. Mit wem denn auch? Die Kontakte sind ja eingeschränkt. Und online ist eben nicht dasselbe wie persönlich. Mir ist das in meinen Coaching-Terminen in letzter Zeit aufgefallen. In fast jedem Gespräch kommt irgendwann die Stelle, wo ein Kunde sagt, manchmal bin ich so fertig, ich kriege eigentlich gar nichts mehr hin. Bin ich eigentlich der Einzige, dem das so geht? Und dann bin ich jedes Mal wieder erstaunt. Erstaunt darüber, dass da draußen immer noch Menschen sind, die glauben, dass es vielleicht an ihnen liegt. Dass sie nicht stark genug sind oder womöglich nicht resilient genug. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, die Menschen, die da im Moment ganz unbeschadet durchkommen und sich wirklich gut fühlen, das sind die seltenen Ausnahmen. Ich habe letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einen Blogartikel geschrieben. Der hieß, es ist okay, wenn es nicht okay ist. Und das gilt jetzt nach dieser langen Zeit doppelt und dreifach. Wenn es dir gerade schlecht geht, dann ist das normal. Denk an den Stapel von Gewichten, den wir alle mit uns rumschleppen. Du bist damit nicht allein. Und ich kann dir was versprechen. Ganz egal, wie hart es jetzt gerade ist, das geht vorbei. Und das wird alles wieder gut. Und bis dahin sind wir am besten sehr rücksichtsvoll. Zu den anderen, aber vor allem auch zu uns selbst.